Hallo Leute, zu... äh... Donkey Kong Lens 2 Ja, einen hier stehen geblieben und... Waren wir hier stehen geblieben? Ich glaub schon, oder? Irgendwoher kommt mir das Level bekannt vor, Alter Sind wir echt hier stehen geblieben? Ne, das sieht anders aus, oder? Warte, meine Freunde Oh ja, mit Adlern, Alter So mit 1000 Adlern Ja, das ist auch sozialer geworden Das muss anders sein Das geht nicht anders Das muss so sein, Alter Ja, verpiss dich, du scheiß Adler Ja, das dreckige Das dreckige Anlieger Boah, 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 boah Boah, boah, Alter Und da ist das Halbzeit fast, das ist gar nicht mehr so schwierig Das kann man gar nicht sagen, dass es schwierig ist Das Level ist ja nicht voll einfach Von dem Moment Die Sticks, die ganze Zeit fliegt, Alter Wann die, wie ist die anderen Level wesentlich schwieriger? Oh, ich bin fast runtergefallen, Alter Das ist eine Kugel, ey Gib mir die Kugel Und ich schieße ab Drücke ab Wie der Big Ross von Don't Adam Das ist eigentlich gar kein schwieriges Level Man kann eigentlich gar nichts dagegen machen Also das ist ein leichtes Level Das habe ich so schnell durch gehabt Also noch nicht durch, habe ich noch nicht durch Boah Habe ich auf einen Don Kong verloren Jetzt wird es nicht mehr so schwierig Weil mit Dixi Kong war das schon Leicht Aber wir haben es geschafft Das war kein Ding Und war das eigentlich ein Level von dort? Ja, das war ein Level von dort Rambi Wumble Das ist bestimmt Rambi ein Level Aber ich will gar nicht wissen welches Level Ein Honig Level Hm, wo, was passt da Passt da überhaupt Rambi rein, Alter Da passt doch kein Rambi rein Da passt doch kein Rambi rein Passt ehrlich kein Rambi rein Okay, ich muss da glaube ich wieder so klettern Ja, komm Die Bienenmauer, die macht immer was sie will Nö Drecks Level, Alter Das ist ein Honig, Alter Das ist Honig Das habe ich ein 6-Hitier gemacht Ein Glück, ey, dass ich immer noch hier achte Was ich tue Mwappelidoo Oh Alter, boah Alter Das ist doch ein Rotzlöffel, Alter Boah, ich will doch nur hoch, Mann. Geh doch da hoch, ey, du Lauch. Okay, hier ist ein Angelhaken und da muss ich auch weiter. Boah, wo ist jetzt Rambi, Alter? Das heißt doch, Wambi, Wambi, Alter. Wo ist Wambi? Ich bin jetzt bis jetzt nur hochgestiegen, Alter. Ich muss die ganze Zeit nur klettern. Und ich warte immer noch, bis Rambi kommt. Nohomo. Ich erwarte schon etwas, dass er kommt. Was ist hier? Ein Bonus, aber ich will das gar nicht. Ich finde die Bonis ohne Grund, Alter. Egal. So. Geh lieber da unten, ey. Hä? Wieso bin ich jetzt gestorben? Hä? Kapier ich überhaupt nicht, wie ich jetzt gestorben bin. Das geht aber gar nicht, ey. Ich kapier gar nichts an dich. Ich kapier das Level überhaupt nicht. So, wir hatten wir bis die Bini da unten, da rechts gegangen ist, da beide auch. Und da gehen wir schnell hoch. Es kommt keine mehr, das weiß ich. Aber da ist ein Angelaken und da muss man auch rüber. Warten wir mal lieber auf die Biene. So. Du, 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 du. Hier muss man oben. Aber hier gibt es keine Biene und das wird eigentlich schwierig. Da warte ich eigentlich gar nicht, dass das schwierig wird, ey. Oh, zum Glück, ey. Hier rette ich mich ins Kind. Oh, jetzt ist es. Halbzeit fast. Ich bin wieder vom Halbzeit fast gestorben. Das geht aber gar nicht. Und da ist eine Biene da, genau wo ich hinspringe. Und woanders ist keine. Oh, es ist ein Rotz. Ein Rotzlöffel. Da mach ich ins Safestate, halt. Das wird, glaube ich, ein kürzerer Part, weil ich keine Lust habe, heute. Ich nimm's am gesilten Tag wieder auf. Das könnte, das könnte jetzt wissen, ey. Das verrate ich euch mal. Ausnahmsweise, ne? Da muss ich ein Leben opfern. Das ist doch ne Rotze, Mann. Mach doch jetzt deine Scheiße, du Lappen. Ja, was macht der Dummkopf, Alter? Didi, du bist so dumm für die Welt, Alter. Brot für die Welt. Und das ist ne Rotze. Geh lieber da hoch, Alter. Boah, ist das ne Rotze, Alter. Jawoll. Da kommt die Biene. Die keiner mag. No, no homo. So, wo geht's lang? Hier. Das ist auch wieder so ein kleines, verwirrendes Level. Und jetzt kommt Rambi. Ganz zum Schluss, ey. Aber wenigstens kommt der und haut jeden K.O. Hier war Metzger. Oh. Aber der bleibt nicht beim Ding stecken, beim Honig. Das ist auch mal ne coole Sache von denen. Coole Fähigkeit. Das Level ist ohne mit ihnen so richtig einfach. Macht aber richtig Bock. Und das Level muss auch endlich mal, endlich mal weggehen. Also, dass sie endlich geschafft haben. Und da ist das Ende. Wir haben uns geschorft. Geschorft, gemorft. King Zing Stink. Ist das ein Endgegner? Ich glaub ja. Das ist ja die Biene. Die auch Rostunkelkund kommt, wie. Ich glaub, die sind wohl nur kranker, oder? Warte mal. Bam. Also ey, wieso kann ich die nichts abahmen haben? Ah, jetzt hab ich die abgezogen. Ich glaub, die ist gar nicht mal so schwierig, oder? Nur das ausweichen mit schwer. Blah, blah, blah. Ja. What the fuck? Boah. Ich schieß mal die ganzen... Möchtigen... ...Bienen ab. Also stirb doch mal. Boah. Boah. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwierig. Ja, komm, verpiss ich, du dreckige Biene. So eine Drecksbiene, Alter. Dafür brauchen wir auch noch das nächste, Alter. Boah, Walter. Wenigstens erst mal den ersten Leben abzog. Also schon mal. Das ist eigentlich schon mal gut. Das ist eigentlich schon mal gut. Ein guter Anfang. Boah. Alter, ich hab die doch getroffen, ey. Boah. Das ist richtig getroffen, Alter. Jetzt haben wir den ersten Schaden gemacht. Und der sollte mal endlich mal wissen, wie mit wem er es zu tun hat. So. Drei Leben abgezogen. Und der kann nichts. Der kann überhaupt nichts. Die Biene, die kann überhaupt nichts. Verpiss dich. Ich muss sie gar nicht von hinten abzugen, oder? Boah. Wer war, er hat die vierte Lämmen, und ich glaube, jeder Lämmen will an. Endpost hat fünf. Doch wird schwieriger. Boah. Ich stehe ab. Was zum Teufel heute, wie geht die Opel. Oh, the fuck. Boah. Der erste Leben ist nicht schwer abzuziehen. Der geht eigentlich voll leicht. Der geht leichter, als vor heute abzuziehen. Boah. Bim. Der zweite Leben ist auch eigentlich richtig leicht, aber der dritte wird etwas schwieriger. Das ist schon auch eine Aufgabe. Boah. Bam, 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 na, 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 na. Pisch, Alter. Schieß dich doch ab, Alter. Ich schieß dich doch ab, Alter. Ich schieß dich doch die ganze Nacht, Alter. Du Note. Das richtige Biene war ja, Alter. Musik ist so geil Komm her Baby Zwei Leben hatte weniger Naja weniger Scheiß auf Massimo Drei Leben haben wir abgezogen Jetzt haben wir noch zwei Ja komm Wie kann der mich denn treffen Wenn ich nach unten gehe Das geht immer gar nicht Jawohl noch ein Leben Boah Wieso der kann doch nur so langsam fliegen Squawks hat wieso Städte Wieso Alter Wieso Fließe so langsame Das ist dünn Schüsse Ich darf kein Leben vorliegen Hier beim zweiten Leben auch noch nichts Ich darf das vierte Leben kein Leben verlieren Und dann geht's ab Boah Komm Lamm Scheiße Boom Drei Leben abgezogen Noch kein Leben zu verlieren Das wäre cool Das wird schwierig Oh komm Jawohl Jawohl Hat er noch ein Leben Das wird noch was Das wird noch was Den jetzt abzuziehen Komm Ja wie geh schnell geht denn Nigel Der Worte Fuck Alter Und das ist ein schwieriger Boss Das ist schwierig Man denkt das ist einfach Aber das ist richtig schwierig Boah Ich mach die Moor Ich mach die Moor Ich mach die Moor Du scheiß Biene Moor Verpisst dich Boah Oh Da Ist das ein Rotz Höfel Das geht immer gar nicht Alter Boah Boah Nur noch ein Leben Hop Doch Das wird das Meine Rotze Das auszuweichen Die ganze Zeit Jawohl Ich hab ihn besiegt Das war ein schwieriges Level Gloomy Dulsch Soll ich jetzt noch hier ein Level machen Ich glaub ich mach jetzt noch ein Level Hier Boah Boah Ist denn nicht gar nicht immer so schlecht aus Sie sieht auch geil aus Selbst für die Gameboy Color Alter Hey gibt mir die Seile Alter Was soll denn der Rotz Die Musik ist sowieso nicht immer nice Wie immer Gib mir einfach das Seil und nicht Seil drauf Scheiß drauf Die Leute die mich sowieso nicht kennen Also scheiß drauf Bam Die Leute die mich kennen die morgen ist D zupfer und die konkurrenten mit den ländern es steht um um heute muss nicht und wo es nicht mit dem rot wie will ich denn jetzt hier gestorben alle da mussten 60 hatte wie lange geht es nämlich das ist überhaupt kein ding gesehen in halbzeit was habe ich noch nicht gesehen aber mit dexikon kann man ja nicht voll leicht schweben hier durch das level und dann ist es dann ist es auch gar nicht mehr so schwierig wenn ich überhaupt nicht mehr schwierigkeit geht dahin durch das fliegen das ist so überpowered alter und ich fliege genau da rein alter worte fach alter was macht denn die 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 das Level zu schaffen weiter fliegt die ganze Zeit durchs Level da ist das Halbzeitfors und jetzt am eigentlich war das Halbzeitfors ich mach die Mama klar und du machst nur Halbzeitfors und ich bleibe der Gangster auf dem Madoka, Maloka mach doch mal ein geh doch mal Bobbycar fahrt ja das machst du gerne in deiner Freizeit während ich gehe und du mit der Freizeit verbringst und schiebt die und schiebt die jetzt geht aber gar keins mehr geht aber gar nicht so das geht mal weg und jetzt geht es wieder rein halt aber das dicke Münze aber die machen wir ja nicht und ich sag tschüss bis zum nächsten Part meine Freunde bei Donkey Kong Land 2